hallo hallo mein lieben freund und herzlich willkommen hier auf gamers check lp ich bin der onkel und heute ist der erste siebte 2016 heute ist release von seven days to die auf der konsole auf der auf dem pc war das spiel sehr sehr erfolgreich und jetzt kommt das ganze oder jetzt ist das spiel auf den konsolen erhältlich und ich habe für die playstation 4 ein key übrig und den würde ich gerne verlosen an euch natürlich und das ganze natürlich nicht ohne eine kleine aufgabe aber die aufgabe ist ganz einfach und zwar gibt mir eine antwort gibt mir sagt mir wer der publisher von der konsolen version ist das ganze aber bitte nicht in die kommentare schreiben bitte macht es den anderen nicht zu leicht war ja schwachsinn sondern schreibt die antwort an gewinnspiel at gamers check lp.de die adresse findet ihr auch noch mal in der video beschreibung wer ist der publisher von selber ist total der konsolen version ich würde sagen einsende schluss machen wir den fünften siebten um 23 uhr 59 ich denke mal ist zwar kurz aber ich denke mir halt eben ihr wollt wenn dann schon gerne release lade release na das spiel spielen und deswegen habe ich jetzt bloß einen kurzen zeitraum gemacht wie gesagt fünfter sechster einsende schluss wer ist der publisher von 7 days to die auf der konsole am sechsten wird dann der gewinner bekannt gegeben und ja haut in die tasten ich freue mich ich freue mich euch auch mal was überlassen zu können als kleinen dank und ja haut in die tasten und viel spaß und viel glück und und so also denn tschüss